Jetzt reicht's noch. Wollen wir jetzt abreagen? Ich hab gesagt, das war das letzte Paintball Match, wo wir auf Aufstieg gemacht haben. Ich hab gesagt, dass das auf Aufstieg das letzte Paintball Match war. Wir kommen wenigstens wieder mit Ebsen fest, wir zusammenschleißen mit Schwerte. Schlitzen. Wo haben wir die? Der Idike. Das ist zu sehen. Der Dich weiß. Der Dich weiß. Das ist ein Wichtig. Das ist ein Wichtig. Schau, aber nicht. Wintern los kann. Ja, die. Das ist gut. Machst du noch nicht mehr schlecht? Ja, 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 die Ure noch! Die gibt's doch nicht für Scheiße! Sprengt sie mich mit Granatenbohr mit den Rümpen! Dann kommen! Dann kommen! um jetzt kommt hat ihr habt ihr habt ihr habt dann Ja, halt! Was geht denn ab? Der hat auch mein Ultrakot! Ich hab ihn gerade probiert, was? Lass ihn mal! 5 Minuten! 5 Minuten! Wann? Ah, die dann! Ich hab ihn mitten und werde. Was verletzt rät, was? Nein. Hau ruft! Es ist da. Die haben diese die Stärken gekauft. Also die Stärken sind? Nein. Es kommt auf den Deckel durch. Das war Schanzen, wenn man das kennt. So Puff, 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 Puff. Ich bin ein bisschen wütig. Ich bin ein bisschen wütig. Mein Lieber ist es ist ein bisschen wütig. Ich sage es, es ist un bisschen wütig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schieß doch, schieß doch. Kurz in den Tag, wo es ein Stück ist, oder? Was ist das für Bullshit? Entschuldinieren, ich kann ja dann, aber das ist falsch. Jetzt hat er bloß mich gesehen, denn er ist bloß mich, weißt du bloß mich? Was? 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 euros Was? Wes? Was? 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 Oh Gott, ich habe dich gescharrotet, sorry. Ich bin gewiss, ich bin jedenfalls. Ich bin großartig in die Position. Das ist schon so... Oh, das war der Schwert! Die ist ja von unten mitgekommen... Was gibts denn jetzt? Ich bin schon in dem drin! Vielleicht geben ich den Zeitdruck, werfen und so. Ich bin mein Gott. Und das ist vorn, ja? Könnte ich mir einen Outwäger. Oder Neidung, oder? Aua! Das ist doch ein Eisgott. Was ist das eigentlich? Ja, und die Lüte. Auslieger. Ausspauen. Hach, das ist ja. Oh, hat er das, ne? Hör mal. Was ist das? Wow, haben wir eine Menge Einfluss? Wasded du dann? Einfach mal rein? Ich hab ihn noch mal gesehen. So groß ist er. Ich hab ihn noch mal gesehen. Ich hab ihn noch mal gesehen. Ah, er ist noch ein Stoßbar. Der Rest noch. Der Maxi ist rechts. Ja, auch so gut. Die Sau hat noch mal die abgestört. Halt nicht, weil ich es ist. Ah, das ist so. Das ist in der Position. Ah, der andere ist in der selben Sitzung. Wie können wir denn das auch? Ich will auch was verküren. Wird nicht so anfangen. Ja, abhauen. Will abhauen. So. Und ich will das Leben. Und unten. So wieder. So wieder. So wieder. Wo bin ich noch? Da würde ich gucken. Da hat er. Krass. Ja.